Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 26. September 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 468 und ich habe heute die folgenden Themen mit für euch dabei. Office 2019, Whiteboard, Salesforce, Night Owl, Shazam, Suche, Wikicon und What's Ways, What's If, wie auch immer der Dienst heissen mag oder ausgesprochen werden möchte. Microsoft hat nach grösseren Tests seit Juni diesen Jahres in internen Kreisen respektive Insidern jetzt endlich die Office 2019 Version für Mac OS und Windows rausgehauen. Aktuell zuerst bekommen nur die gewerblichen Besitzer von Volumenlizenzen das Update nach und nach über die nächsten Wochen verteilt, sollen dann aber auch die restlichen ausgeliefert werden. Sei es das klassische Paket, was man runter, also einmalig kauft, in der Box ohne Cloud und allem drum und dran, aber dann später auch die Geschichte mit Office 365, sprich in der Cloud. Wir dürfen uns freuen. Einige Neuigkeiten, die da mit dabei sind, ist zum Beispiel, 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 der Fokus-Modus im Word, Fremdsprachen-Übersetzungstools etc. sollen da auch mit drin und dabei sein. Auch hat Microsoft vor einiger Zeit schon vorgestellt die Whiteboard-App. Die wurde zuerst nur dem Surface Hub zur Verfügung gestellt. Später kam sie dann als Windows 10 Version raus, aber auch nur im internen Bereich, sprich eben für die Insider-Geschichten. Jetzt ist es soweit, die App ist für jeden kostenlos zum Download, bereit im Windows-Store. Und es gibt neu auch, aber erst in der Preview und nur für ausgewählte Kunden, eine whiteboard.microsoft.com-Webseitenansicht. Das ganze Whiteboard hat vor allem den grossen Vorteil, dass mehrere Leute am gleichen arbeiten könnt. Wenn ihr es noch nicht ausprobiert habt, macht das mal. Mir gefällt die App und die Idee dahinter. Salesforce und Apple kooperieren. Nachdem Apple im Jahre 2014 mit IBM, dann im 2015 mit Cisco, dann noch mit SAP und Deloitte in 2016, sowie Agenda, wie man es ausspricht, und General Electric im 2007 kooperiert habt, im Business-Bereich, kommt jetzt auch Salesforce hinzu. Da geht es vor allem um eine eigene SDK für iOS, Mobil-Apps, die eben auf Salesforce setzen, sowie aber auch die eigene App, die sie mit Hilfe von Apple zusammen optimieren werden. Tiefer integrieren, Siri-Integration etc. Wir dürfen gespannt sein und ja, wer damit arbeitet, wird nächstens ein bisschen was zu tun haben, was sehr schön ist. Seit Montag ist sie ja da, macOS Mojave. Die neueste Version vom Betriebssystem für die MacBooks, für die Pros, für die iMacs und Co.s dieser Welt. Und da eines der grössten Feature ist natürlich von vielen erwartet, die komplett systemübergreifende dunkle Ansicht des Systems. Doch wer das umstellen mag oder will, der muss über die Einstellungen gehen und da ein Knöpfchen setzen oder eben zurücksetzen. Dazu gibt es natürlich wie immer bei solchen neuen Funktionen schnell mal eine App, die euch dabei hilft. Und da kommt eben die Nachteule-App zum Tragen. Zum einen könnt ihr über die Menübar direkt auf den Knopf drücken für dunkel oder hell zum schnellen wechseln. Könnt ein Sunrise-Sunset-Tag setzen, das es automatisch umstellt. Oder selber einen Zeitpunkt festlegen, ab welcher Zeit der Light-Modus und welcher Zeit der Dark-Modus kommt. Wer damit fleissig hin und her spielt, sollte sich die App mal ein bisschen anschauen. Und natürlich dann auch dem Entwickler ein bisschen Geld in die, in den Rachen schieben, genau, in das Portemonnaie schießen. Denn ja, wenn euch Dinge helfen, kann man auch mal Danke sagen, würde ich doch sagen. Dann haben wir vor kurzem schon mal erwähnt, dass Apple Shazam ja jetzt definitiv übernehmen durfte. Das Ganze wurde jetzt auch umgesetzt. Die App ist mittlerweile ohne Werbung im App-Store zu haben. Schön, wer es braucht. Ansonsten, ich gehe da weiter über Siri, was ja auch schlussendlich auf Shazam geht. Aber eben ohne die App. Google hat ja, das hatte ich diese Woche, glaube ich, schon das 20-jährige Bestehen feiern dürfen. Und aus diesem Grund hat man bekannt gegeben, dass man neben den kleinen optischen Änderungen jetzt dann auch ziemlich im Untergrund der Google-Suche ein bisschen was tut. Nämlich wurde festgestellt, dass Nutzer immer wieder zurückkommen und die gleichen Suchbegriffe wieder suchen. Wahrscheinlich, oder Google geht davon aus, dass das daran liegt, dass man sich über Dinge, die man sich schon hat informieren lassen, weiter informieren möchte. Ob es da Neuigkeiten gibt, etc. Und damit man das nicht in der Suchhistorie suchen muss, die Google ja schön ausweist, soll das nächstens dann eben beim nächsten Update mit solchen Infokarten kommen. Ich bin schon sehr gespannt. Ich bin einer dieser immer wieder Suchenden und somit hoffe ich mal, dass das Ganze auch sinnvoll umgesetzt wird, dass ich Freude daran haben werde. Die Wikicon ist die grösste Versammlung von freiwilligen Autoren, ehrenamtlichen Autoren rund um das Wikipedia. Und davon treffen sich zwischen dem 5. und 7. August einige, nämlich hier in der Schweiz. Zum ersten Mal findet die Wikicon, nämlich die Wikicon 2018, hier in der Schweiz, genauer gesagt in St. Gallen statt. Wer solche Leute schon immer mal hat antreffen wollen und sich da ein bisschen weiterbilden möchte, weiter, ähm, nicht gerade bilden, aber einfach ein bisschen reinschauen möchte, der kann das. Es ist auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Das wäre auf jeden Fall mal spannend. Dann kommen wir zu der App What's The Ways, wie man sie auch immer ausspricht. Eine Navigations-App aus dem iOS Store, die sehr beliebt ist und wenn ich richtig im Kopf war, Google irgendwie beteiligt ist. Auf jeden Fall hat nach dem Google Maps Update letzter Woche jetzt auch diese App ein Update bekommen und ist jetzt CarPlay fähig. Wer also ein Auto besitzt und auf diese App setzt, sollte dringend ein Update einspielen. Es könnte Spass machen. Das waren die News, die ich heute für euch bereit hatte. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wie immer die Links auf daily.geektalk.ch Und ja, ansonsten, verfolgt uns via Twitter, gebt uns Feedback über die Kommentare oder auch Social Media. Facebook geht natürlich auch. Facebook.com slash Geektalk. Oder gebt uns wieder mal ein Kommentar über iTunes und all die anderen Plattformen, die es so möglich gibt, um Kommentare zu hinterlassen, respektive auch Bewertungen. In diesem Sinne, euer Pokipsi, bis bald, tschüss. Hört mehr Geektalk.